Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, hallo, und mir, Miki, hallo. Jo, wir haben wieder eine bunt gemischte Anime-Woche vor uns und ich muss diesmal sagen, heute ausnahmsweise, also gut, das passiert öfter, nicht so viel aus Deutschland, aber auch relativ wenig neue Anime. Ich glaube, das liegt daran, dass die neue Saison jetzt gestartet ist, jetzt ist erstmal Ruhe, jetzt erstmal vorbei. Jetzt ist es gesetzt. Was jetzt kommt, das kommt jetzt. Die Leute sind beschäftigt. Ja, aber gut, wir können direkt mal nach Deutschland blicken und da ist eine Kuriosität passiert, beziehungsweise die ist nicht nur in Deutschland passiert, sondern auch auf einer internationalen Ebene. Juju Tsukaisen hat Funimation jetzt insgesamt aufgenommen mit in ihr Programm. Das heißt, dass es in Deutschland auch jetzt bei Wackernem zu sehen ist, das mit Untertiteln oder auch in deutscher Synchronisation, was ich halt hierbei interessant finde, weil das halt ein Titel ist, an den Crunchyroll sich sehr hinten dran gestellt hat und der auch den Simul-Cast, äh, Simul-Dub auch dazu gemacht hat. Und, ähm, ja, da merkt man jetzt wieder, dass da ist jetzt diese Verschmelzung von Crunchyroll und Sony kommt hier jetzt wahrscheinlich wieder zu Trage. Und, ähm, mich würde es nicht wundern, weil jetzt ist auch mittlerweile die erste Staffel von Demon Slayer auch auf Crunchyroll. Das hat man ja beim letzten Mal, ist ja angekündigt worden, dass der Simul-Cast der zweiten Staffel da jetzt läuft. Die erste Staffel ist dann im Nachhinein auch noch auf Crunchyroll gelandet. Und das war ja ursprünglich bei Wackernem über Funimation. Und ich glaube, das wird jetzt auch nochmal so ein ganz wilder Austausch, wo beides irgendwie so hin und her gewechselt wird. Ja. Das ist wie ein Kartenstabel. Wenn du den dann mischst, dann weißt du nicht, was rauskommt am Ende. Bleibt natürlich da noch abzuwarten irgendwann, weil als Crunchyroll Anime On Demand gekauft hat, gab's, ist ja dann auch hin und her geliefert worden, beziehungsweise jetzt wird ja Anime On Demand eingestampft und ob das dann irgendwann auch in Zukunft passieren wird, dass eine von beiden geäxt wird. Hm, gute Frage. Das kommt wahrscheinlich darauf an, wie sich das entwickelt, ne? Wenn die mehr Profit oder mehr Sinn darin sehen, dass es in einem großen Kanal laufen soll, dann machen sie das. Und wenn sie merken, oh, das bringt was, ne zweite Plattform zu haben, dann bleiben sie bei zwei. Das ist echt. Ich meine, es wird aktuell wahrscheinlich nicht wenige Leute geben in Deutschland, die sowohl ein Abo bei Crunchyroll wie auch bei Wackernem haben. Ja. Beides geht letzten Endes an Sony. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Ha, Monopole. Monopole. Nicht gut. Im Moment ist es natürlich mit dem ganzen Rum-Austauschen von den Titeln vielleicht nicht die schlimmste Situation für jemanden, der nicht alle relevanten Streaming-Dienste abonniert hat. Der hat halt die Chance dann auch mehr zu bekommen im Moment. Aber, äh, ja. Nicht den Tag vor dem Abendloben. Hm. Jo, was wir sonst noch haben, ist, dass KSM Digimon, äh, Digimon Adventure Last Evolution Kisna gesichert hat und es auch in den Kinos zeigen wird. Das, ähm, ja, ab dem 21. Oktober bereits, das ist jetzt gar nicht mehr so lange hin, ähm, wird es den Film in den deutschen Kinos zu sehen geben mit, ähm, eigentlich zum größten Teil, wenn nicht sogar komplett der gleichen Besetzung wie vorher bei Digimon Adventure Tree. Und Tree hatte ja auch schon zum größten Teil die Leute aus dem Original-Cast damals von Digimon Adventure. Und, ja, wer einmal die große Nostalgie-Spritze sich indizieren lassen will, der kann am 21. Oktober ins Kino gehen. Für mehrere Tage wird er kommen in ausgewählten Kinos in Deutschland und Österreich, ähm, und wird sowohl in deutscher Synchronisation, äh, gezeigt, wie halt auch mit Original-Titeln, mit deutschen Untertiteln. Wer das lieber sehen möchte, das kommt dann natürlich auf euer Kino an, ähm, was sie halt präferiert zeigen wollen. Äh, ja, also, ich hab gehört, der Film soll um einiges besser sein als der Digimon Adventure Tree. Für Leute, die damit enttäuscht waren, müssen sich also hier nicht so große Sorgen machen. Es spielt zwar fünf Jahre nach Tree, aber hat damit, äh, anscheinend relativ wenig zu tun. Hm, weißt du, ich kenn ja Digimon nicht, ne? Aber selbst ich hab ein komisches Gefühl, wenn ich dann die Designs von den ganzen Kindern in Erwachsen sehe. Hm, es wirkt irgendwie seltsam. Ich frag mich oft Fans, die kriegen wahrscheinlich da sonst irgendwie einen schrägen Dreh. Aber, ja, Digimon ist ja kein Pokémon, ne? Stell dir mal vor, wir würden das bei Pokémon machen. Alter, wenn Ash irgendwann mal erwachsen wird, holy shit. Die Welt explodiert einfach. Was damals los war, als Pikachu zum ersten Mal gesprochen hat in dem I Choose You Film. Nicht gut. Ach Gott, ja, Veränderung, gut oder schlecht. Auf jeden Fall haben sie sich was getraut. Allein deswegen macht es das halbwegs interessant. Jo. Ähm, dann haben wir auch noch zu guter Letzt bereits in Deutschland, ähm, dass, falls ihr interessiert seid, an Astra Lost in Space, dass der ab 5. November, ähm, bei der Anime Night of Prosimax gezeigt wird. Ähm, Prosimax, die haben jeden Freitagabend so eine Anime Night. Und, ähm, ja, da läuft dann ab 5. November zum ersten Mal, äh, Astra Lost in Space. Und wenn ihr das dann in deutschen Synchronisation sehen wollt, habt ihr die Gelegenheit dazu. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es mit der ersten, äh, Episode aussieht, beziehungsweise wie es dann halt beim ersten Mal aussieht, wenn es dann gezeigt wird, weil die erste Folge von Astra Lost in Space ist ja eine Doppelfolge. Ähm, aber zumindest danach wird es immer drei neue Folgen geben. Also könnte es vielleicht sein, dass es am ersten Abend nur die erste und zweite Folge ist, weil die erste Folge ja, wie gesagt, bereits eine Doppelfolge ist. Ja, ja, das ist halt ein kleineres Nischenprogramm, Astra Lost in Space. Na, kann man schon so sagen, oder? Dass der Anime nicht so irgendwie Mainstream war. Hm, nee, ich glaube nicht. Aber ich fand den ziemlich gut. Hm, du meinst, es war hier Mainstream? Nein, nein, ich habe gesagt, nee, ich glaube nicht, dass der Mainstream war. Ah, okay, ja, seh. Alles klar, ja, 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 nee. Deswegen ist es ganz gut, dass man ihn irgendwie kriegen kann, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, weil der ist ganz nett. Ja, ich fand den gut, ich fand den gut. So, kommen wir mal zu den neuen Anime-Ankündigungen. Ähm, wie gesagt, auch nicht so viel. Wir fangen an mit Detective Conan, wo jetzt auch noch mal zwei neue Anime angekündigt wurden. Was heißt, dass aktuell vier TV-Anime zu Detective Conan neben der Hauptserie bereits in Produktion sind? Hm. Also, weiß nicht, was da passiert ist auf einmal. Weißt du, andere Shonen-Serien, die gehen zu Ende und dann kriegen sie ewige Nachfolger wie Naruto, ne? Aber Conan, der will gar nicht zu Ende gehen. Der macht schon vorher, da fängt er damit an. Das ist gar nicht möglich, dass Detective Conan einfach zu Ende gehen kann. Meine Güte, ja. Ich sehe es kommen. Der Autor wird arbeiten, bis er irgendwie Mitte 85 ist und dann irgendwann, wenn er nicht mehr da ist, läuft es trotzdem vollautomatisiert weiter. oder genauso wie der Goi-Go-Autor zum Team trainiert hat. Der hat schon ein Programm einfach dafür geschrieben. Der hat ein Programm dafür geschrieben, was automatisch Detective Conan-Episoden schreibt. Oh, oh, düstere Zukunftsvision. Künstliche Intelligenz schreibt Animes. Auf jeden Fall handelt es sich bei diesen zwei neuen Animes. Zum einen um Detective Conan Hanin no Hanasavasan. Das ist basiert auf einem Gag-Manga, wo es um eine schwarze... Also, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich habe Detective Conan auch ehrlich gesagt noch nie gesehen. Deswegen, I'm sorry, um halt eine von diesen schwarzen Silhouetten-Männern. Ich habe die schon mal gesehen, ich kenne Clips. So, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Gibt es halt diese große böse Organisation im Hintergrund in Detective Conan, die irgendwie zehnmal vorkommt in diesen über tausend Folgen. Und ja, da geht es um eine Figur halt darum und so ein bisschen, was die so in ihrem Alltag macht. Und dann haben wir noch Detective Conan is Zero No Tea Time. Der läuft im Weekly Shonen Sunday, ist also auf einem Manga, der eine Anime-Adaption bekommt. Und da geht es um den, ja, um jemanden, der sozusagen drei Identitäten hat. Rei Furia ist er für die Polizei. Toro Ambro als Privatdetektiv. Und ein, wie sagt man, ein... Ein Bartender? Genau, ja, also halt ein Angestellter, ein Café. Und dann arbeitet er auch noch für die Black Organization. Also, weiß Bescheid. Ist das nicht sogar vorfaced? Warte mal. Also, irgendwie, ja. National Police Agency. Also, Polizei, dann Privatdetektiv. Ach so, nee, diese Identität hat er als Privatdetektiv und Café-Arbeiter. Okay, also eine Identität nutzt er für zwei Dinge. Und dann ist er, Bourbon, sein Spitzname als Member der Black Organization. Sage mal, Workaholic much? Wann, wann schläfst du? So, der Tag hat 24 Stunden und ein Arbeitstag hat 8 Stunden. Also, kannst du den Tag perfekt in drei Arbeitstage einteilen. Fantastisch. Jo. Gott, jetzt habe ich der FDP Ideen gegeben. Dann haben wir Shadowverse. Da lief bereits 2020 ein Anime zu. Der hat 35 Episoden bekommen. Und ist ein Handy-Kartenspiel von Cygames. Und das bekommt eine zweite Staffel, beziehungsweise nicht eher, nicht so richtig eine zweite Staffel, sondern halt eher einen zweiten Anime, der so funktionieren wird wie die erste Serie. Aber einen komplett neuen Cast hat. Das ist so ein bisschen halt wie die Yu-Gi-Oh und Beyblade-Dinger so. Es gibt wahrscheinlich so ein paar kleine Änderungen irgendwie an der Welt und den Figuren und sonst was. Aber es ist im Grundprinzip noch das Gleiche. Ja, also, weil es halt so ein Kartenspiel Cygames-Gerät war, ist es mir überhaupt nicht im Gedächtnis geblieben. Habe es auch nicht gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich finde es einfach heftig, dass es immer noch einen Grund gibt, dafür ein Anime zu produzieren, weil das sind ja größtenteils Werbe- und Fanservice-Geräte, ne? Also wirklich. Um das Ding am Leben zu halten, am Laufen zu behalten. Und ja, anscheinend läuft es noch gut. Ich finde es in diesem Fall halt wirklich besonders faszinierend, weil das eigentliche Shadow-Wars-Spiel ist ja wirklich so ein bisschen Dark-Fantasy alles. So mit krasser Lore und alles so, wie gesagt, ein bisschen düster, mittelalterlich. Und dann kommt halt einfach die Anime-Version daher und macht halt einer das Yu-Gi-Oh draus. Und tut halt so, als wäre dieses Handy-Game halt wirklich einfach nur ein Game. Tja. Komisch. Naja. So, ganz kaum mehr. Ähm, und dann haben wir zu guter Letzt noch einen, der nur halb neu ist. Und zwar, ähm, wie heißt der? Ähm, Divine Fighting Machine G oder Toshinki G's Flame. Ähm, ist ein Anime, der bereits am 12. Oktober auch direkt losgeht. Und, ähm, der kommt von Osamu Yamazaki, der hier als Regisseur und Scriptwriter dient. Und, ähm, der hat zuvor, ähm, einige Sachen Regie geführt. Wie zum Beispiel, ähm, diese, diese Haku, 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 Haku-Ki, äh, Anime, also dieses, ne, mit den Shinsengumi. Da hatten wir ja letztens, dass da eine neue OVA zu angekündigt wurde und sowas. Ähm, und, ja, was haben wir hier noch? Das, äh, so ein Hackenden, Eight Dogs of the East. Aber jetzt nicht dieses aus den 90ern, diese OVA, sondern eine etwas neuere Interpretation davon. Ähm, ja, also der hat schon zumindest ein paar größere Dinge zuvor gemacht, die so ein bisschen, ja, fast schon Mainstream-mäßig sind, würde ich jetzt sagen. Ähm, hätte ich gesagt. Ähm, und, ja, der hat ein Sci-Fi-Mekka-Anime gemacht mit einem Haufen, ähm, Mädels in Militäranzügen. Ähm, ja, äh, es geht halt irgendwie um eine Coming-of-Age-Geschichte, so ein bisschen von einer der Rekrutinnen in so einer, äh, ähm, Mekka-Einheit. Ja, also, es ist nicht so, es passiert nicht so oft, dass du Mekka hast, nur mit Mädels als Cast, ne? Ähm, das ist vergleichsweise selten. Ich glaube, es ist heutzutage passiert, es ist schon häufiger. Da kam sowas wie Grand Balm, ähm, oder, wie heißt denn das nochmal, Girlie Air Force, glaube ich, was es zumindest so ähnlich war. Es war halt nicht nur Mekka, es waren halt auch Flugzeuge. Ja, ich meine, wenn ich mich an so Sachen erinnere, dann fällt mir so Zeugs wie Sea Moon ein, was ein sehr schräger, nischiger, äh, Girls-Love-Anime war mit Science-Fiction-Mekka-Fees. Aber nicht wirklich Mekka's, also nicht wirklich, ähm, menschliche Figuren, sondern das waren ganz seltsame Fluggeräte, die die da gesteuert haben. Was ich hier krass finde, ist irgendwie, dass da, äh, warum benutzen sie dieses Nurgal? Also, wer ein Mekka-Fan ist, der weiß, dass Nurgal ein Begriff aus, äh, Nadeschko ist, Martian Successor Nageschko. Also, ich frage mich, ob das irgendwie einfach nur so eine Mini-Andeitung ist, um zu sagen, hey, Mekka-Fans, wir kennen euch. Oder ob das ganze Ding vollgestopft ist mit Anspielungen an alte Mekka-Sachen. Ich muss gerade, wo du das jetzt gerade eben gesagt hast, muss ich gerade so, 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 hey, Mekka-Fans, und dann so, so Fingerguns, so, hey. Aber echt, aber wirklich. Ich hab auch am Anfang gesagt, das ist nur so halb neu, weil bisher hat's keiner so richtig auf dem Schirm gehabt, weil das wurde nun mal so ein bisschen angeteast auf Bilibili, dem chinesischen Streaming Service, unter dem englischen Titel Age Ancient Girls Frame. Und wie ich vorhin gesehen hab, ist es zumindest im amerikanischen Bereich, äh, hat sich das Crunchyroll auch unter dem Titel gesichert. Es könnte also durchaus sein, dass es auch im deutschen Bereich so ist. Ich hab vorhin nur den englischen Artikel gesehen. Ha, ha, ha. Meine Güte, das scheint nicht unbedingt groß viel Publicity bei sich zu haben, wenn die Leute sich nicht sicher sind, was, ob sie es haben oder nicht und wie sie es nennen wollen. Ja, es gibt ja auch gar keinen Trailer oder so. Es ist jetzt einfach so heute nochmal so, hey, by the way, am 12. Oktober sind wir da, ne, hallo? Ähm, so zur Erinnerung. Ganz ehrlich, mein Nischenradar hat ausgeschlagen. Ach ja. Aber, da muss ich tatsächlich sagen, wir sind hier auch wieder durch, aber nicht mit dem Podcast. Noch lange nicht mit dem Podcast. Niemals. Da gibt's nämlich noch einige andere News, wie einen ersten Trailer zum Shenmue-Anime. Ja, der ist heute auf Crunchyroll rausgekommen. Es ist ja eine Crunchyroll-Produktion mit, zusammen mit Adult Swim, äh, von Yu Suzuki's Spielereihe, die, äh, der Anime wird dann 2022 rauskommen. Und der erste Trailer, ich weiß, ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Also, ich bin eher etwas überzeugt. Mein Interesse an den Shenmue-Spielen ist eigentlich fast nicht vorhanden. Sagen wir mal so, ich hab kein Interesse überhaupt nicht an diesen. Voll nicht meine Sache. Aber, die ziehen den Trailer zumindest so auf, als wäre viel, äh, ja, Gewicht auf die Kung-Fu-Angelegenheit gelegt, ne? Ne Menge Kampf-Szenen, die ziemlich cool aussehen. Und als Fan von Martial Arts in Anime, ja, so könnte ich mir diese Geschichte definitiv geben. Ich find halt, die Martial Arts-Szenen sind für mich leider das Schlechteste an dem Trailer. Ich find die so richtig steif. Wut? Die haben überhaupt keinen Flow, überhaupt keinen Schwung. Es ist, ähm, ich hab, ähm, von, von, von Timo Schuren, den wir ja auch schon mal hier zum Gast hatten, ähm, heute früh drüber gesprochen. Und er hat so ein bisschen verglichen mit der Animation aus dem Virtual Fighter Anime, wo er mir ein paar Szenen geschickt hatte. Aber auch die Szenen, die er mir geschickt hat, fand ich auch nochmal um einiges besser, weil da die Charaktere oft off-model gegangen sind. Und hier in dem Trailer sieht es zumindest so aus, als wäre das den Animatoren gar nicht erlaubt, als müssten die off- on-model bleiben, weil diese Charakter-Designs schon so detailliert sind. Ähm, und ich glaube, das wird sehr steif aussehen. Willst du mir erzählen, dass Realismus für dich sowas von gar nicht gut ist? Nee, das, das, das sieht doch gar nicht realistisch aus. Äh, okay, bist du ein Profi, was Kampfsport angeht? Nee, aber ich möchte es halt schon eher, dass es dann so einen, so einen Flow hat, wie in einem Jutsu Kaisen oder, oder, oder God of Highschool. Ich meine, natürlich, an die Animationsqualität, daran zu kommen von den beiden, ist natürlich ein bisschen unfairer Vergleich, weil das ist beide schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und ich schätze mal nicht, dass dieses Gerät hier überhaupt dieses Budget hat. Ihr Produzenten, Rhea, haltet euch gefälligst an Mickis Geschmack. Ich, nee, ich, ich finde, nee, ich bin auch nicht so ganz überzeugt. Ich finde, es sieht nicht schlecht aus, so, aber ich finde, es sieht auch nicht gut aus. Also, ich werde auf jeden Fall reinschauen. Interesse ist definitiv um einiges höher als bei den Spielen, die können wegstuhende bleiben. Ich bin halt wirklich gespannt, wie sie die Spiele umsetzen. Das ist, das wird, das wird immer noch das Spannendste daran. Also, es muss irgendwie zwei Episoden geben, wo dann Rio durch, durch seinen Heimatstand läuft und einfach nur alle, äh, äh, Figuren fragt, ähm, do you know where sailors hang around here? Und, äh, das, das wird wild. Das wird richtig wild. Ich bin so gespannt. Ich brauche Seemannsleute. Es verzehrt mich nach ihnen. Ja. Ah, jo. Naja, ähm, dann, das auch, auch schon, auch eine sehr spannende News, die heute früh, an dem Tag, wo wir auf dem reinkamen, ähm, Worlds End Harem sollte ja eigentlich diese Saison laufen, ähm, und dann hat man so kurz vor knapp die Notbremse gezogen und gesagt, mhm, halt, stopp. Die erste Folge wird jetzt noch rauskommen, wie geplant, aber auch nur im japanischen Fernsehen. Crunchyroll wird sie erstmal nicht streamen und dann wird der ganze Rest ab Januar 2022 laufen. Hat man jetzt kurz vor knapp, wie gesagt, um eine, ähm, ähm, äh, 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 Saison verschoben, um sich mal, äh, äh, um sich die Produktion genauer anzuschauen. Also, vielleicht war man irgendwie mit der Qualität noch nicht so zufrieden. I don't know. Du, ich hoffe doch, dass da einfach nur, ähm, nachgebessert werden muss. Nicht, dass irgendwie irgendwas passiert ist, von wegen jemand an der Festplatte verloren und die Hälfte von der Serie ist weg. Das wäre natürlich problematisch. Ja, naja, je nachdem, wie sie sie produziert haben, ist ja noch das Papierzeug da, aber das weiß man ja auch nie, weil jeder es irgendwie selber anders macht, ne? Vielleicht liegt es doch irgendwie am Inhalt, I don't know, dass man jetzt im Nachhinein sich so sagt bei der Produktion, vielleicht können wir gar nicht so viel Sex zeigen. Ganz ehrlich, ich habe mal in den Manga reingeguckt und der ist vergleichsweise langweilig und harmlos. Also, das hätten die durchgekriegt. Das ist irgendwie Standard-Edgy-Variante. Wie viel hast du denn gesehen? Weil das klingt nicht nach dem, was ich gesehen habe. Bäh. Keine Ahnung. Ich habe nicht gezählt, wie viele Kapitel es waren. Vielleicht 20 oder so? Hm, okay. Na gut. Ja. Aber wie gesagt, kurz zu knapp verschoben worden. Die erste Episode kommt noch im japanischen Fernsehen, aber dann reicht's doch erstmal. Ja. Mit Blackrock Shooter haben wir jetzt auch noch ein paar neue Details zur neuen Anime. Dawnfall heißt der, wie gesagt hatten wir beim letzten Mal, glaube ich stand der Titel schon fest, aber jetzt gibt es halt ein paar Informationen, wer so dran arbeitet und wann das Ganze kommen soll im Frühling 2022 wird es im japanischen Fernsehen zu sehen sein, bin ich auch mal gespannt, wie viele Episoden das haben wird, weil das Original waren ja glaube ich nur acht und das wird gemacht bei Bibli Animation Studio und Bibli Animation CG, das sind die beiden Studios gegründet von Tensho, der ja vorher, wie war das, das mit dem Gal irgendwie Regie geführt hat Gal und Dino? Nicht Gal und Dino My Girlfriend is a Gal Achso, das Ding Das hat er vorher gemacht und dann hat er gesagt okay, jetzt kann ich mein eigenes Studio machen und das ist es und ja, die machen jetzt den Anime, jetzt den neuen Blackrock-Shooter-Anime, der wahrscheinlich wie es so aussieht zumindest, also es ist jetzt auch ein erstes Visual rausgekommen wo man die Hauptfigur drauf sieht und ich schätze mal, das wird auch wieder so ein Mix aus 2D und 3D Hm, hoffentlich nix, weil reines 3D habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf bei dem Gerät Ja, die 3D-Dinger, das sahen eigentlich schon im Original ziemlich geil aus so, fand ich jetzt Ja, schon aber irgendwie aus, ich weiß nicht warum es ist eine reine Gefühlssache, aber ich habe keinen Bock die Charaktere die ganze Zeit in 3D rumspringen zu sehen Weiß nicht warum Das ist, glaube ich, einfach nur dieser Konservatismus Nee, Konservatismus hat damit nichts zu tun Das ist einfach nur ein Bauchgefühl Ich meine, was hat Konservatismus mit Gezeichneten zu tun? Das musst du mir erklären, meine Gute Ich will das nicht in dieser neuen Technologie sehen Ja, das ist ja Blödsinn Ähm Ja, sonst Was haben wir hier sonst noch? Noteworthy irgendwie mit drin Scriptwriter ist Makoto Fukami hat die Blade of the Immortal Anime Version geschrieben und bei Psycho Pass mit rangearbeitet Zusammen mit noch jemand anderes der bei Psycho Pass ab Staffel 3 mitgearbeitet hat Ansonsten Ja Sehe ich jetzt hier nichts so Besonderes Bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf, wie es dann aussehen wird So Also Irgendwie, Hucke ist nur für Originalwerk hier sozusagen in den Credits bisher drin Ich schätze mal, der hat halt irgendwie, keine Ahnung denen eine Idee gegeben oder sowas und dann haben die drauf gearbeitet Kann sein Also scheint jetzt nicht so unbedingt zu sein dass er großartig involviert ist Tatsächlich Ne 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 Mal sehen, ob das gut oder schlecht ist Jo Wie fandst du eigentlich Legend of the Galactic Heroes die neue These? Ähm Sie war eigentlich ganz in Ordnung Die Serie Sie hat mir nur zu viel weggeschnitten Also bei so einer Serie wie Legend of the Galactic Heroes Da tut das weh, wenn du teilweise Sachen wegschneidest Die dir helfen, die auszufüllen Die Welt und die Geschichte Und die machen halt eine Ja Verkürzte Fassung Ne Von der Geschichte Aber schlecht war es nicht Nö Nö Weit entfernt von schlecht Jetzt bleibt halt abzuwarten Wie kurz diese neue Fassung tatsächlich irgendwann mal sein wird Denn eine dritte Staffel ist auf dem Weg Ähm Ich bin mir tatsächlich nicht sicher Wann die eigentlich irgendwann mal angekündigt wurde Aber auf jeden Fall ist es bald schon soweit Und die wird 24 Folgen haben Und wird in drei Terminen im Kino gezeigt Das heißt, da sind dann jeweils acht Episoden zu sehen Was über drei Stunden sind Was ein ziemlich langer Kinoaufenthalt ist Ähm Ja Auf jeden Fall die dritte Staffel heißt Legend of the Galactic Heroes Die neue These Clash Und am 4. März, 1. April und 13. Mai Wird die in den japanischen Kinos laufen Bis es danach in der Saison In der Sommersaison Eine 24-episodige TV-Ausstrahlung geben wird Ähm Ja Finde ich eigentlich faszinierend Dass wir das halt Mit den drei Kino-Terminen und so Wie bei der zweiten Staffel Da war es ja auch schon so Hier nochmal durchziehen Nur das ist das nächste Mal Auf 24 Episoden einfach hochbomben Weil das war ja vorher 12 Ja, zwei Zwölfer waren es vorher Und ich habe auch nicht erwartet Dass das wirklich abheben würde Und weitergemacht wird Ich habe mir gedacht Oh ja Da werden sie halt ein paar Leute mitkriegen Die entweder neu dazukommen Oder die älteren Fans Die halt eine neue Auflage Schön finden Mhm Aber anscheinend Machen sie hier all in Ich meine Es ist ja auch schon Ein kleines bisschen Ein Risiko Ne So etwas in größerem Maße Zu produzieren Und Da bin ich eigentlich froh drum Dass sie sich das trauen Ist schon krass Also dann sind wir Insgesamt am Ende Mittlerweile 48 Episoden Und das ist schon ein Drittel Vom Original Also wenn man jetzt Die ganzen Spin-Offs und was Weiß ich nicht mehr zählt Ja, ja Muss man nicht Muss man nicht Und Ich bin halt echt mal gespannt A Wie lang das insgesamt Noch werden wird Und B Wird mich halt auch echt mal Interessieren Für wem das jetzt Noch so richtig ist Also ob jetzt die Die alteingesessenen Fans Wirklich noch Sich so dahinter klemmen Sozusagen Und auch jetzt Neu Ganz gespannt Allesamt auf die dritte Staffel So richtig warten Ich meine Du hast jetzt hier ganz kurz Schon deine Meinung Und getan Oder ob das halt Neue Fans Tatsächlich so gut Abgeholt hat Also es Ist ja so Dass Der neue Anime So mitgekommen ist Ungefähr zur selben Zeit Als sie die Endlich mal Auf Englisch Übersetzt Rausgebracht haben Die ganze Reihe Angefangen Und Ich kann es mir nur Vorstellen Dass das eher So ein kleines bisschen An ein globales Internationales Publikum Gerichtet ist Einfach damit die Serie Sich weltweit Etwas besser verkauft Die Buchserie Aber eine andere Erklärung Kann ich mir auf den ersten Blick Nicht hier geben Aber bisher haben wir Zum Beispiel in Deutschland Auch nur die erste Staffel Bekommen tatsächlich Und die zweite noch gar nicht Und die kam ja jetzt auch Schon länger her Dass die rauskamen Ja also wie gesagt Ich habe nicht erwartet Dass da mehr kommt Weil das ist halt Nische Aber Er ist es definitiv Anders als der Rest Der Saison Anime Deswegen Ja fein Joa Neues haben wir auch noch Blade Runner Black Lotus Zum einen Einen zweiten Trailer Nochmal schön ausführlich Zweieinhalb Minuten lang Wer dann nochmal ein bisschen Was zu Neues sehen möchte Wir haben auch ein Datum Und zwar ab dem 13. November Geht es los Mit direkt Zwei Episoden Ähm Oder sonst was halten Naja Dann haben wir noch Jetzt ist ja irgendwie Comic Con Hier New York Comic Con Gewesen Oder ist auch noch Irgendwie Ich glaube alles Alles ist so von beiden Ein bisschen Ähm Ähm Aber ein bisschen Dragon Ball Supergirl Sinoverse 2 Sind wirklich gut aus Auch immer noch Und ich finde Da kommt der Film Eigentlich ran Ja ja Also es sieht gar nicht Wird es Wird es langweilig ohne irgendwie rational darüber nachzudenken oder auch emotional ausgeglichen darüber nachzudenken und sagt, was für eine Scheiße, sie haben es anders gemacht. Ich meine, ich sehe da nicht das Problem. Es gibt so viele 3D-Varianten von Toriyama-Zeugs. Wie auf der Playstation, da gab es, wie heißt es nochmal? Arale. Dr. Slump. Dr. Slump-Spiele, die wirklich Playstation 1 sehr altmodischen, limitierten Polygon-Stile waren. Und die sahen meiner Meinung nach auch voll cool aus. In diesem uralt 3D. Es ist wirklich, man kann es nicht über den Kamm scheren. Man soll es nicht über den Kamm scheren. Es gibt auch Blue Dragon auf der Xbox 360. Das kenne ich allerdings nicht. Das kenne ich allerdings nicht. Sah auch gut aus. Sah auch gut aus? Ja. Muss man nicht verdäufeln. Bei den Dragon Quest-Spielen hat sich eigentlich auch noch niemand beschwert. Ich meine ganz ehrlich, es gibt so viel Dragon Ball. Wenn es jetzt irgendwie ein heiliges Relikt beschmutzt wäre oder sowas. Aber ist ja nicht. Genug Dragon Ball zum Gucken, das gezeichnet ist. Danke sehr. Ja. Und einen letzten Trailer haben wir noch. Und zwar wird im Frühjahr 2022, also in der Spring Season, die dritte Staffel von Ascendants of a Bookworm zu sehen sein. Und jetzt ist der erste Trailer zur dritten Staffel rausgekommen. Max, was sagst du als Experte dazu? Der Trailer ist aber wirklich lauwarm. Wen soll das einfangen? Ich meine... Ähm... Ja, das sagt wirklich nicht viel aus über die Welt, auf die ihr euch da einlässt. Oh Gott. Es ist sehr oberflächlich. Der Trailer. Passiert. Ja. Ich kann es nicht einschalten. Ich habe die Serie nicht gesehen. Das ist mir... Das ist mir relativ... Ja, äh... In dieser Grund ist halt, äh... Relativ viele ernste Themen. Sehr viele. Und einiges, was... Äh... Also, die Welt, in der das spielt, ist nicht besonders nett. Ne? Und das hier scheint... Das sieht die Scenes hier so ein kleines bisschen auf, wie so eine lustige, kleine, allerwelts Isekai. Äh... Nee, ist es nicht. Okay. Aber damit haben wir die Infos auch schon durch. Ähm... Wir kommen mal ein bisschen zu so ein paar Dingen, die in der Anime-Industrie passiert sind. Unter anderem, während wir noch gepodcastet haben beim letzten Mal, ähm... Ist bekannt gegeben worden, dass Twin Engine zwei neue Anime-Studios gegründet hat. Twin Engine ist ein großes, äh, äh, ja, Anime-Produktions, ähm, Haus, beziehungsweise das Allgemein-Produktions-Haus gegründet worden von einem ehemaligen, war es NHK oder TV Tokyo, ich bin mir nicht mehr sicher, eins von beiden ehemaligen Programmchef von eins von den Dingern. Und, ähm... Hat einige Studios unter ihren Fettichen. Also Geno-Studio, die ja, äh, hier, äh, Golden Kamui gemacht haben. Studio Colorido gehört dazu. Ähm... Hier, äh, Witch-Studio gehört dazu. Mappa auch. Ähm... Und... Also die, wie gesagt, ganz, ganz groß. Und haben zwei neue Studios gegründet. Das eine heißt Bugfilm. Da ist der Chef Horiaki, Hiroaki Kojima, der war vorher, ähm, Animationsproduzent bei dem Mix-Anime. Ähm... Und bei der zweiten Staffel, äh, nicht zweiten Staffel, sondern dem zweiten Anime zu Major. Also... Ja, mit, mit, mit dem, mit dem Sohn. Ja, ja. Also Baseball hat der Mann gemacht. Ja. Damit kennt er sich dann zumindest aus. Hahaha. Und, ähm, dann haben wir noch Scooter-Films. Hyper, hyper. Oh Gott, nein. Oh Gott, ey. Und da ist der Chef, ähm, Takuro Harada. Und der hat bisher nicht so viel gemacht. Also das sind nur zwei Kurz-Anime, die ich hier bei Anime News Network eingetragen sehe, von denen ich beide noch nie gehört habe. Ähm, also... Ja, das sollen wohl auch beides, wenn man das, wenn ich das jetzt so richtig beurteile, ähm, werden die quasi so in diesen, diesen, ähm, Engine of the Animation-Sack reingeschmissen von Twin Engine. Das ist im Prinzip so eine Art Produktionssystem, was die haben mit ganz vielen kleinen internen Studios, aber auch, wo die größeren drin sind, ähm, die sich dann halt so gegenseitig aushelfen. Und ich schätze mal, die Funktion von den beiden Studios wird halt in Zukunft erstmal nicht sein, irgendwas Eigenes zu machen, sondern halt bei der Produktion von anderen Titeln auszuhelfen. Hm. Oh Mann. Ich weiß nicht, immer wenn ich solche Dinge sehe, dann denke ich gleich an ihre infernale Maschine aus großen Konzern-Machenschaften, aber irgendwie muss ja nicht unbedingt sein. Kann ja auch einfach nur sein, dass das ein Zweckverband hier ist, der einfach wegen der Organisation so Sinn macht. Wer weiß. Ich hab, ehrlich gesagt, keine Ahnung davon, von dem Ganzen, von der Bürokratie und so weiter. Von daher kann ich das nicht beurteilen. Ich schätze mal, zuarbeiten, die sind ja, äh, sehr viel mit Freiberuflerarbeit gemacht, ne, mit so extra Mini-Studios, die halt Aushilfe stellen, ne. Und wenn die bessere Kontrolle darüber haben, dann, ja, ich will ja mal jetzt nicht behaupten, dass die Leute dann bessere Arbeitsbedingungen haben, weil das ist nicht automatisch gegeben. Aber wahrscheinlich ist es einfacher, für die das zu koordinieren, wann wer Zeit hat, ne. Und dann hergesst du, oh Gott, wir müssen unbedingt was outsourcen, aber wir finden keine Sau, die Zeit hat, äh, für unseren Zeitplan. Dann haben sie hier weniger das Problem, ne. Ja. Gut, ähm, dann haben wir noch, dass, ähm, Seiji Kishi sich auf, äh, Twitter gemeldet hat und nach, ähm, Charakter-Designern sucht. Äh, Seiji Kishi ist, ähm, ja, mittlerweile eigentlich recht bekannter Regisseur, beziehungsweise auch schon länger, der macht ja ganz, ganz viel verschiedenes Krams. Die Filme zu Persona 3, Yuki Yuna is a Hero, ähm, Ähm, Assassination Classroom, äh, die Danganronpa Anime, ne, also viel beschäftigt. Ja. Und, ähm, der ist auch, hat über die Konnichi in Deutschland so, so einen gewissen Ruf, das ist, das ist ein sehr sympathischer Mensch, der, äh, für die Konnichi, ähm, die letzten zwei Jahre jetzt in den, in den Pandemie-Zeiten noch immer so, äh, ein Sportprogramm gemacht hat, was er dann da gezeigt hat. Ja. Sehr witzig. Ähm, und, äh, deswegen hat er dann unter anderem auch einen deutschen Tweet dazu abgesetzt, nämlich, wie gesagt, er sucht Charakter-Designer für ein neues Projekt, ein Original-Anime, den er zusammen mit Makoto Oso macht, oder Oeso. Und, ähm, ja, die beiden haben auch schon länger zusammengearbeitet, also auch an den ganzen Titeln eigentlich, die ich gerade eben genannt habe. Und, äh, äh, da kann sich halt wirklich absolut jeder zu melden, also er hat, ne, auch gesagt, Overseas, äh, hier, Künstler sind total willkommen, also, er hat einen deutschen Tweet abgesetzt, er hat einen englischen Tweet abgesetzt, so, dass, dass jeder sich bei ihm melden kann, das spielt keine Rolle. Und, ähm, ja, einfach nur, dass man sich einfach nur in seine E-Mail-Adresse melden muss und, äh, zwei, ähm, ja, Kunstwerke in JPEG-Format ihm schicken soll, um halt zu zeigen, was man bereits gemacht hat. Und, ab, ähm, ja, bis zum 20. Oktober hat man da Zeit und dann, ja, wird er sich, keine Ahnung, irgendwie aussuchen. I don't know, wie es dann abläuft. Das ist irgendwie sehr lustig. Dass der nicht einfach nur, äh, bei seinen Industriekollegen bleibt, sondern einfach direkt mal hier in sozialen Medien nimmt und sagt, hey, wer will noch mal? Ich meine, es gibt, die, Gelegenheit, also, kleineren, unbekannteren Leuten, auf jeden Fall die Gelegenheit, dass, wenn die jetzt, keine Ahnung, irgendwie super talentiert sind, aber bisher hat's ja einfach niemand irgendwie entdeckt, dass dann so jemand irgendwie rauskommt. Was es aber auch macht, es könnte ihm Heidenarbeit verschaffen. Und zwar so viel, dass er dann irgendwie keine Lust mehr hat, auf die Art und Weise, sich das alles durchzuschauen, ja. Ja, ja, bin ich mal gespannt. Ja, also, falls ihr selber da draußen Künstler seid und euer Glück versuchen wollt, dann müsst ihr einfach noch auf sein Twitter-Profil gehen, ähm, gebt einfach in Google ein, irgendwie Seiji, Kishi, Twitter, dann werdet ihr's definitiv finden und, ähm, einfach ein bisschen durchscrollen und wie gesagt, ihr werdet englische und deutsche Tweets und so dazu finden, was er da will. Jo, und dann, ähm, ist jetzt, ähm, auch auf der, ähm, Comic-Con in New York, ähm, werden wieder die Harbour Awards vergeben. Die finden jetzt an dem Tag, wo wir hier aufnehmen, gerade noch statt. Also, wahrscheinlich werden die kurz nach der Aufnahme oder so, nach unserer Aufnahme hier bekannt geben, wer jetzt überhaupt gewonnen hat, weil die krönen ja seit dem, äh, seit 2018 auch immer den besten Manga, ähm, und, ähm, nicht nur die ganzen Comic, verschiedenen Comic-Kategorien, das ist ein Award, den es seit Ende der 80er gibt, ähm, und seit 2017 auch so seine eigene Hall of Fame hat, um Leute für ihr Lebenswerk auszuzeichnen. 2020 kam in diese Hall of Fame Osamu Tezuka, ähm, und jetzt, dieses Jahr, hat man aufgenommen, äh, Rumiko Takahashi. Ja, ich mein, das ist auch irgendwie schwer, die zu übersehen, die Frau. Das stimmt. Ich muss echt zugeben, ich hab in den letzten Jahren mir nichts an Takahashi reingezogen. Ich muss mal wieder. Ich hab ihren neuen Manga noch gar nicht angefangen, in keinster Art und Weise. Ja. Ha. Ich, äh, hab, glaub ich, noch nie tatsächlich was gelesen, halt höchstens mal gesehen. Also, die Adoptionen dann. Ja, sie hat, macht halt eine Menge lange Dinger, ne? Das stimmt. Uhusei Yatsura ist lang, Ranma ist lang, Inuyasha ist ewig. Selbst so sehr Sachen wie Meso und Ikoku sind ziemlich lange Geschichten. Aber sie hat auch ein paar Kurzgeschichten und kürzere Sachen. Äh, das kann man sich mal reinziehen. So, das, äh, Rumiko World Theater ist eine Kurzgeschichtensammlung von ihr. Gibt's auch in Anime dazu. Oder ihre Dings, wie heißt es nochmal, ihre Mermaid-Stories, ihre kleine Vorgeschichten. Mermaid Forest. Ja. Sie hat aber auch so einfache, lustige, ähm, ja, Science-Fiction-Comedy-Sachen Ende der 80er gemacht, wie, was, wie hieß das? Firetripper oder so irgendwas? Auf jeden Fall irgendwas mit einer Nonne und einem Boxer hat sie eine Geschichte. One-Pound-Gospel. Genau, genau. Das ist auch eine kurze Arre-Angelegenheit, wo man eine kürzere Takahashi-Rumiko-Dosis braucht. Ne? Ja. Kann ich auch nicht mehr zu sagen. Also Glückwunsch an, an, an Tagahashi. Ich meine, war klar. Irgendwie. Sozusagen. Ja. Früher oder später musste sie da rein. Mal sehen, wer in Zukunft dann noch so landet. Ähm, ja, dann haben wir noch, ja, ein bisschen was abseits von all dem, so bunt gemischt. Wir fangen einfach mal tatsächlich mit zwei Todesmeldungen an. Wie es halt manchmal so ist, Leute werden alt. Oder in dem einen Fall tatsächlich traurigerweise gar nicht mal so alt. Also, ähm, der Regisseur von Eden Zero, Yushi Suzuki, ist am 9. September in Tokio, äh, in einem Krankenhaus in Tokio gestorben. Und, ähm, das war noch ein, ja, relativer Jungspund. Der hat an den Fairytale-Animes seit 2014, also ab der zweiten, ähm, Staffel, ähm, mitgearbeitet als, ähm, Episode-Director. Und Eden Zero war jetzt sein Regie-Debüt, also so als so richtiger Regisseur. Und dann ist das Schicksal so scheiße und er stört, während die Serie noch nicht mal fertig gelaufen ist. Das ist schon echt tragisch. Ja. Tch. Ja. Da kann man nichts machen. Auf jeden Fall, ja. Weiß ich auch nicht, was ich noch, was man da großartig also zu sagen soll. Das ist, ja, das ist echt schade. Weißt du, das neue Eden Zero, ich hatte zwar überhaupt null Interesse daran, aber die, äh, Kritiker sind eigentlich ganz glücklich mit dem. Es scheint eine ganz nette Abenteuerserie zu sein. Und, ja, das ist natürlich jetzt blöde, dass es auch sein, äh, Abschiedslied im Endeffekt ist, diese Serie. Zumindest diese erste Staffel. Die soll ja dann weitergehen. Also wahrscheinlich, ja. Ja. Von dem, bisher wurde noch nichts Festes gesagt, aber bisher klingt es so. Ja. Also, er hatte ja auch komplett fertig gemacht. Das ist nicht so, dass er innerhalb von der Produktion aufhören musste. So habe ich nichts davon gehört. Hm, ja. Okay. Schon, also, nee, ich will nicht weiter drüber reden. Das ist einfach wirklich schade. Ähm, aber dann haben wir noch, dass, äh, Kuiichi Sugiyama gestorben ist. Und ganz ehrlich, da, da kann, da, da habe ich auch nichts Trauriges zu sagen, weil da bin ich fast schon froh drum. Also, komm jetzt, stopp, stopp, stopp. Nee, ganz ehrlich, also, Kuiichi Sugiyama ist am bekanntesten dafür, dass er die Musik zu Dragon Quest gemacht hat. Aber, das ist eine unfassbar problematische Figur, der, ähm, unter anderem sein, sein vieles, vieles Geld, was er auch, ähm, dadurch verdient, dass er zum Beispiel die exklusiven Rechte bisher gehabt hat an der Musik zu Dragon Quest. Das heißt, ähm, Square Enix muss ihm ganz schön Royalties zahlen. Und, ähm, dieses Geld hat er genutzt, um, ähm, japanische Kriegsverbrechen zu, ähm, ja, äh, verstecken, sozusagen, also, um sich bemühen, diese zu verstecken. Wie zum Beispiel halt die Sache mit den Comfort Women, also mit den, mit den Trostfrauen. Ähm, auch das, ähm, also, so ein bekanntes Massaker, wo mir der Name nicht mehr einfällt. Nanking? Ja. Ja. Ähm, und, hat unter anderem auch seine eigene Talkshow, die, äh, extrem erzkonservativ ist, wo er immer wieder, ähm, rechte Politiker einlehnt, die dann unter anderem, ähm, über die hohe Suizidrate von LGBTQ-Leuten lachen. Und so ein, also, das ist jemand, der auf das Grab von anderen, von, 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 fast schon tausenden von anderen spuckt. Und sorry, da ist es mir nicht tragisch drum. Ja, ne, man muss aber trotzdem bei sowas nicht an andere Leute denken, sondern an sich. Die Art und Weise, wie man sich selber benimmt, die definiert einen. Und, weil, man sollte sich nicht drum frohen, dass irgendjemand gestorben ist. Nein. Also, wenn man's vermeiden kann, bitte nicht. Jetzt, jetzt ist er, jetzt ist nicht mehr sein Einfluss da. beziehungsweise nicht mehr so groß. Und da können wir uns vielleicht drüber freuen. Aber es ist nicht so, als ob er nicht eine ganze Menge Leuten auch ihre Kindheit versüßt hätte mit der ganzen Musik zu Dragon Quest. Oder ihre Jugend. Oder ihre Erwachsenheit. Also, Menschen sind ja nicht nur eine Sache. Die definieren sich auch durch die anderen Sachen, die sie getan haben. Und, seine Musik ist ja nicht automatisch hier, hier so erzkonsertiv wie er gewesen. Er hat, er hat mal gute Musik gemacht. Und, ähm, dann hat er irgendwann damit aufgehört. So, ich mein, der Dragon Quest Soundtrack bestand auch dann noch zu seinen Lebzeiten, größtenteils nur noch aus älteren Stücken, weil die neuen, die er gemacht hat, waren halt alles scheiße. So, also, wenn man sich zum Beispiel den Dragon Quest XI Soundtrack in der ursprünglichen Fassung angehört hat, dann waren das super schlechte ähm, Midi-Versionen von einigen Originalstücken und ein paar neuen, die, ähm, auch nur so im Spiel drinne waren, weil, wie gesagt, er hat die exklusiven Rechte an den, äh, an der Musik, äh, damit er sie im Nachhinein nochmal extra in der Orchesterversion verkaufen kann. Und das ist einfach arschlich. Also, er hat, er war nicht nur ein schlechter Mensch so zur Allgemeinheit, sondern auch zu den Leuten im Prinzip, die seine Arbeit mögen, weil er sie, so älter er geworden ist, nur noch, ich sag mal, es umso schwerer gemacht hat, diese Arbeit überhaupt zu genießen. Nicht einfach, ne? Aber jetzt ist die Frage, ähm, nur weil er nicht mehr da ist, ändert sich das auf einmal? Ich weiß nicht genau, wie das mit so Rechten und Lizenzen ist, ne? Ja, er wird wahrscheinlich irgendeine, irgendeine Organisation oder so, sowas haben, die jetzt halt, äh, ihn vertreten. Ähm, ja, wie das öfter ist, ne? Ja. Weiß, weiß ich natürlich nicht, wie, wie die halt jetzt dann sein Geld im Prinzip weiter verwalten, ob die dann jetzt auch irgendwie im Prinzip einfach noch weiter irgendwelche super rechtsextremen, erzkonservativen Dinge damit machen? Ich meine, die Rechteinhaber für die Musik, das ist natürlich, was viele Leute interessiert, was die dann jetzt mit seinen Sachen machen und wie die damit umgehen. Hm. Ja. Ja, mich würde es ehrlich gesagt, also, ich fände, das wäre jetzt die Gelegenheit für Square Enix, sich halt komplett im Prinzip von ihm zu trennen, ähm, und halt für Dragon Quest 12 dann komplett neue Musik nur noch zu verwenden. Ja. Damit das auch einfach weg ist. Und ich kann, ich, und das, das Traurigste ist, an dieser ganzen Sache, dass ich dir garantieren kann, dass das alles, so, deine ganze Persönlichkeit, dass das alles in japanischen Medien wahrscheinlich nicht vorkam. Weil das halt, weil die Japaner nun mal so sind, so, die, die, die politischen Ansichten, so, von eines Menschen spielen, in Japan, so im Prinzip keine Rolle. Ich würde es nicht einfach so über den Kamm scheren und sagen, dass es immer so ist, aber es stimmt schon, dass öfters mal das nicht breit getreten wird. Das ist, man kann ja seine Musik mögen. Ich spiele gerade Dragon Quest Builder 2 und ich fände ja die Originalstücke und so, die er gemacht hat, auch das Main Theme von Dragon Quest, das ist ja gut. Habe ich wirklich nichts dagegen? Aber boah, dieser Mensch. Ja, jetzt brauchst du nicht mehr über ihn aufzuregen. Er ist mit 90 Jahren gestorben, er ist alt genug geworden und kann man sich nicht wirklich beschweren an seiner Stelle her. Er kann sich nicht beschweren. Das ist ja das Traurigste, er kann sich nicht beschweren. Er hat ein gutes Leben gehabt. Naja, wir haben ja noch ein paar andere Dinge, damit ich auch selber wieder ein bisschen runterkommen kann, wie unter anderem ein Mann war, namens Cat on Hot Tin Roof, der offiziell von Nava Webtoon vertrieben wurde. Das ist auch die gleiche Seite und der gleiche Service, die halt God of High School, Tower of God und Noblesse zum Beispiel vertreiben, was ja die Anime-Adoption auch bekommen hat. Und dieser Titel lief jetzt für knapp einen Monat und musste dann schon wieder eingestellt werden, weil sich sehr, sehr viele Leute beschwert haben, dass da wohl nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Vor allem, wenn man sich die Figuren anschaut dann und auch zahlreiche Panels tatsächlich. Da gibt es einige Vergleichsbeiträge in koreanischen Foren, dass der Titel fleißig geklaut hat bei Udo Sabas Monster und bei Evangelion. Und Evangelion sieht man eigentlich sofort, wenn man sich das Cover davon anschaut, da sieht man zwei Figuren, die irgendwie relativ ähnlich aussehen. Ich gucke es mir gerade durch und es ist nicht immer so einfach zu sagen, ob es direkt geklaut ist, aber nur faul imitiert. Ich meine, selbst falsches Zitieren ist halt immer noch falsches Zitieren. Ja, aber das ist, das, Unterhaltungswerke sind keine wissenschaftliche Arbeit. Das ist nicht exakt dasselbe. Ich würde sagen, hier ist es eindeutig, dass es zu offensichtlich ist und zu wenig Eigenkram dabei. Aber es ist jetzt kein direktes Kopieren. Also bis auf diese eine Sache mit dem lächelnden Gesicht sehe ich da nichts, was direkte Kopien sind. Ja, es wird halt nicht komplett abgezeichnet, aber das ist mehr als nur Inspiration auf jeden Fall. Die Sache ist problematisch, weil vielleicht sind diese Forum-Beiträge, die ich mir gerade hier durchlöse, nicht immer die ideale Art und Weise mir das zu zeigen. Aber wenn ich da irgendwie den Hauptcharakter von diesem koreanischen Manwa da im Krankenhausbett liegen sehe, aus einer Vogelperspektive und nebenbei ist ein Bild von Evangelion, die ist aus einer komplett anderen Perspektive mit anderen Lichtverhältnissen und ja, okay, ist das jetzt eine exakte Kopie? Hast du zum Beispiel diesen Vergleich mit Monster schon gesehen, da rum, wo das das Wort Forum markiert ist, wenn du da drauf klickst, dann siehst du, wie fast schon eins zu eins einfach eine Seite von Monster kopiert wurde, so mit den gleichen Einstellungen und das ist schon Okay, das ist, wenn man kurz gucken, ja, das finde ich schon hart, das ist ja, es sind wirklich die gleichen Kameraperspektiven Ja, das ist schon offensichtlich, ja, okay, also, ja, dann habe ich einfach falsche Beispiele hier gehabt, beziehungsweise nicht überzeugende Beispiele, weil das ist schon ein Extremer, das ist schon ein Extremer, bei den anderen könnte man einfach nur sagen, der liebt Evangelion und der möchte Evangelion nacheifern, aber da würde ich nicht unbedingt sofort von direkter eins zu eins Kopie reden, aber bei Monster, bei dem Monster Beispiel, meine Schnute, das ist wirklich, ich meine, wenn du den Fluss der Paneele sozusagen übernimmst, eins zu eins, fast eins zu eins, dann ist es schon ein bisschen heftig. Ja, also, ja. Weißt du, vor 30 Jahren hätte es wahrscheinlich keiner gemerkt. Das stimmt wahrscheinlich. Oder jetzt bin ich nicht so schnell. Das stimmt, ich meine, so jetzt in den Zeiten des Internets dann und mit dem Hive-Mind von allen Menschen, die sich irgendwie an die verschiedensten Dinge erinnern können, dann kommt sowas mal hervor und dann hatten wir zum Beispiel auch mal diesen Fall mit Gridman, wo es ja auch diese eine sehr stark inspirierte Animation gab, wo, glaube ich, sogar der Originalzeichner mit einer Anzeige gedroht hat, aber die, glaube ich, da nie passiert ist. Oh, man. Ja. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, eingestellt worden, lief nicht mal einen Monat und in dem Fall sogar relativ verständlich. Wundert mich fast schon, und dass das halt niemandem bei Naver aufgefallen ist, aber ich meine, auch die können nicht jeden Comic gelesen haben. Weißt du, es ist ein kleines bisschen seltsam manchmal, dass das irgendwie keinerlei Verfallsdatum mehr zu haben scheint. Es gibt so viele Werke, die einfach nicht komplett, aber halt bestimmte ikonische Sachen dann direkt kopiert haben von irgendwelchen Vorbildern. Im Anime-Bereich würde ich zum Beispiel den Film Alien nehmen, der einige ziemlich direkte Homagen hat. Natürlich nicht komplett, aber einige Sachen, die wirklich so sehr nah daran angelehnt sind. Ich würde die Filme aber deswegen, oder die Anime-OVAs deswegen nicht verteufeln. Auch wenn das nur gerade mal fünf bis sechs, weniger als zehn Jahre nach dem ersten Alien-Film war. Und hier sind es wie viele Jahre nach Evangelion? Hm. Ich weiß nicht. Hat das heutzutage gar keine Verjährungszeit mehr? Ich weiß nicht. Ich meine, die meisten, ich kann jetzt halt auf dein Alien-Beispiel nicht so ganz gut eingehen, weil ich die meisten dieses OVAs wahrscheinlich nicht gesehen habe. Aber vieles, was du mir im Laufe des Alibis-Land-Podcasts auch schon mal erzählt hast und ich mir dann angeguckt habe, da sehen ja dann zumindest die Figuren stark anders aus. und der Zeichenstil addet dann natürlich auch noch mal was Eigenes, dass das eine halt Live-Action-Footage ist und das andere ist gezeichnet. Und wenn es dann halt wie in dem Fall jetzt von diesem Manwa und einem Anime oder einem Manga halt beides gezeichnet ist und beides sehr ähnlich aussieht, dann ist das schon noch mal was anderes. Ich meine, hier ist es, ja, hier ist es definitiv was anderes in dem Fall. Ich meine nur generell, weil halt, wie du gesagt hast, wir haben jetzt halt die Prozessionskraft von weiß weiß ich wie vielen Sozialmedien-Nutzern und deren Gedächtnissen, ne, das ist wie externes Gedächtniszeug, das du einklicken kannst in eine große Rechenmaschine des Internets. Du musst nur eine Frage stellen und irgendwer am Internet wird sie beantworten können. Ja. Da frage ich mich, ob das dann irgendwann ein wenig ausartet und einfach alles, woran die Leute sich erinnern können, so ein bisschen dann Tabu wird für Hommagen und so. Die Internetkultur lebt aber auch stark von Referenzen. Ja, eigentlich schon, ne. Ich habe keine Ahnung, warum die dann manchmal so allergisch reden. Hier kann ich es nachvollziehen. Das sind halt Grenzen, die man auch erst mal herausfinden muss. Ja, ist wahr. Ja. Gut, den haben wir noch, die Universal Studios. da haben wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass da was Neues zu Super Nintendo World dazukommt bei dem Universal Studios in Japan. Jetzt hat man sich auch noch mit der Pokémon Company geeinigt und wird ab 2022 mehrere Collaborations machen. Also, wie die genau aussehen, hat man jetzt halt noch nicht so wirklich gesagt. Es wird wahrscheinlich schon irgendwelche Pikachu-themed Attraktionen oder sowas geben. Ich schätze mal, nichts allzu groß ist, wenn man das bereits 2022 präsentieren möchte. Aber ja, neben Mario und Donkey Kong gibt es dann auch noch Pokémon zu sehen und irgendwann sind die ganzen Universal Studios nur noch Nintendo. Also, ganz ehrlich, die Pokémon-Firma hat doch Geld, oder? Die hat sehr viel Geld wahrscheinlich, ja. Also, dieses Promotionsbild, das ich hier sehe, das sieht aber böse zusammengeschustert aus. Das sieht schon ein bisschen billig aus, ja. Kollegen, das hätte ich ein bisschen besser machen können. Naja. Da können wir dann sicherlich mal wieder drüber reden, wenn es dann mehr zu sehen gibt. Wir haben aber noch ein paar andere faszinierende News. Unter anderem, also, es gab einen Hausbrand am 29. September in Kagoshima. und da ist jetzt ein 18-jähriger Junge von der Feuerwehr honoriert worden von der Stadt, also, von der Feuerwehr und der Stadt, dass er so schnell gedacht hat und jemanden halt aus einem Hausfeuer rausbringen konnte und auf die Frage dann, wie er es geschafft hat, also, warum er in dieser Situation so ruhig sein konnte und so gut damit umgehen konnte, ist, dass er, antwortete er, dass er sich hat inspirieren lassen beziehungsweise halt an einen Feuerwehr-Anime denken musste, der ihm die Kraft gab. Also, ich mag ja auch Fire Force, aber das ist keine realistische Darstellung von der Arbeit eines Feuerwehrmanns, danke sehr. Aber mir fällt gerade ein, es könnte ja nicht nur Fire Force sein, es könnte ja auch Brumare sein, was er meint. Oh, Backe. Andere Anime mit Feuerwehrmännern fahren jetzt zumindest gerade nicht ein. Oh Gott, mir fällt was ganz Dämliches ein. Gibt's da nicht so ein billiges Erotik-Ding für gelangweilte Hausfrauen mit dem Feuerwehrmann? Ich weiß, was du meinst, stimmt. Oh Gott. Oh Gott, ich schätze mal, dass er das, wobei, als 18-jähriger Junge, I don't know. Vielleicht hat er deswegen den Titel auch nicht genannt. Oh Mann. Ich meine, trotzdem Respekt an den Jungen, dass er so ruhig reagiert hat. Aber bitte vorsichtig, ja. Absolut. Erstmal wirklich aufs eigene Leben aufpassen in solchen Situationen, definitiv. Also wenn's geht, dann definitiv helfen, aber auch immer ans eigene Leben denken. Ja. Meine Güte. Jo, wir haben noch, dass jemand ja, jetzt zumindest angezeigt wurde oder wie würde man das richtig übersetzen? Charles Files Files ist es schon angeklagt? Files Charges. Ist es angeklagt oder ist es erstmal beschuldigt? Ist es beschuldigt, ne? Also auf jeden Fall schon ein Verfahren eingeleitet, ne? Es ist auf jeden Fall ein Verfahren gegen einen Mann in seinen 20ern, der die Schauspielerin und Synchronsprecherin Shoko Nakagawa und Sängerin und was weiß ich noch online beleidigt haben soll und das auf teilweise halt sehr, sehr gemeine Art und Weise also auch geschrieben hat, dass sie sich doch umbringen sollen und dass er sie sonst umbringt und was weiß ich. Also wirklich ganz, ganz ekelhaft hat er auf seinen Twitter auch teilweise gepostet und jetzt ist er, wie gesagt, von der Polizei erstmal geschnappt worden. Ich finde, das zeigt auch nach wie vor nochmal ganz gut, dass man wahrscheinlich nach dieser Angelegenheit mit der Wrestlerin dann in solchen Situationen jetzt mittlerweile in Japan doch ganz gut aufpasst. Ja, es ist nicht nur, dass das allgemeine, ja, wie soll ich sagen, die Einstellung in der Bevölkerung, die offensichtliche Meinung da ein kleines bisschen vorsichtiger und extremer reagiert, auf sowas. Es ist auch rechtlich haben sich einige Sachen getan, was das angeht. Es geht wirklich in die Richtung, dass Japan jetzt mal Cybermobbing und dergleichen Sachen ernst nimmt, was gut ist. Ja, ja. Deswegen wollte ich das ja auch nochmal kurz erwähnt haben, einfach nur um zu zeigen, dass Japan sich da auf jeden Fall jetzt mittlerweile besser einsetzt, weil sonst kennt man das glaube ich auch aus noch ein paar älteren Anime und so, dass sowas wie Mobbing und auch Cybermobbing noch teilweise eine sehr brutale Angelegenheit auch ist, in Japan. Also wer in der Schule gemobbt wird in Japan, das ist ja wirklich fast kein Vergleich hier zu Deutschland, weil das da einfach nochmal schlimmer ist außer irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, was diese Jugendlichen verarbeiten. Es ist nicht unbedingt, es liegt nicht daran, dass das komplett andere Jugendliche wären als bei uns, sondern einfach nur, wenn man die Parameter außenrum den Kontext ein bisschen ändert, dann können Menschen schräge Sachen machen und auch grausame Sachen. Und Japan hat dann auch ein Problem, dass sehr oft Leute aus der Unterhaltungsindustrie es treffen. Egal, ob die jetzt Idols sind oder ob die mit Anime verbunden sind oder mit Fernsehen oder Kino, die sind alle nicht immer sicher. Da gibt es eine ganze Menge schlimme Beispiele, wie das eskalieren kann. Und deswegen ist es gut, wenn man da Systeme haben, wo besser aufgepasst wird. Das ist schon fein so. Und eine letzte Kleinigkeit noch, die wirklich sehr kurios ist. Baki, der Manga, wird jetzt 30 Jahre alt und da hat man sich eine Kleinigkeit für ausgedacht. Gott, irgendwie will. Die Überlegung ist, im Tokio Dome City Entertainment District eine Art Untergrund Arena aufzubauen, wie es sie im Baki Anime gibt oder im Baki Anime und Manga gibt. Und da wird jetzt auch ein Crowdfunding für gestartet und wir können uns das mal kurz angucken. Wie ist der aktuelle Stand an diesem Freitagabend? Das eigentliche Ziel von diesem Crowdfunding waren 2.200.000 Yen und wir sind jetzt bei fast 4.400.000 Yen also das Doppelte. Das Doppelte und es sind noch 50 Tage übrig. Schon faszinierend. Die Leute wollen einen Untergrund Fighting Ring. Gott im Himmel, das erinnert mich an dämliche Filme mit Jean-Claude Van Damme. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, Bloodspot oder was war das? Aber einer von den Dingen, an denen die ganzen Scheiß angefangen haben. Ich glaube, dem haben wir das zu verdanken, dass so Sachen wie Mortal Kombat nur ein Scheiß unterwegs sind und Baki. Ja. Und das dämliche ist, was die da alles machen wollen, die wollen da tatsächlich in dem Sand, der den Boden der Arena hier bringen soll. Da soll vollgemacht sein mit irgendwelchen Sachen aus der Baki-Geschichte. So Überbleibsel wie Knochen und Zähne und Zeug. Nicht schlecht. Ja, es gibt auch einige Rewards, wenn man da spendet, wie zum Beispiel, dass man in den Credits stehen kann beim Baki-Anime. Da ist ja jetzt wieder eine neue Stampe rausgekommen auf Netflix und es wird wahrscheinlich nicht die letzte sein. Und ausgedruckte Artworks und irgendwelche Figuren und sonst was. Es läuft über die japanische Webseite Campfire, die kann man wahrscheinlich auch, wie das sonst mit diesen Dingern ist, nur über Japan nutzen, würde ich jetzt mal vermuten. Aber das ist auf jeden Fall eine witzige Idee und wie man ja sieht, sind die Leute definitiv interessiert dran. Oh Mann, dieses Spark-Universum ist ein schräger Kram. Ich meine, ich habe ja meinen Spaß mit dem ganzen Zeugs, aber wenn ich mir dann sehe, wie viel verkaufte Exemplare die ganze Serie hat und wie lange die schon läuft und wie vielen Iterationen, dann kapiere ich es nicht, wie der so erfolgreich sein kann mit dem Rotz. Ich weiß es, ich kann es dir auch nicht sagen, es ist schon so ein gewisses kulturelles Phänomen fast, könnte man sagen. Ah ja, na gut, jo, wir sind an der Stelle fertig, falls ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr jeden zweiten Mittwoch den Anime-Slam-Podcast hören, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben oder ihr hört jeden Mittwoch bei dem Normal-Rolling-Sushi-Podcast rein, wo es um Japan geht und was da so passiert im Lande. Wir sind durch und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.